Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Du wirst dich einpissen, entweder vor Schreck oder vor Lachen. Spreng! Eins ist klar, dieses Spiel ist ein Meisterwerk und das hier ist warum. Okay, also weist, weist, was müssen wir jetzt machen. Ich hab literally keinen Plan. Hier ist noch eine Tür. Oh mein Gott. Was ist? Warum geht es dir jetzt schon los, Alter? die tür ist auf und die spinne ist nicht hier nein habe ich wirklich nicht aufgemacht die war die war auf man sieht das aber gar nicht zuerst aber ist ein spinn wegen dem wald ich bin ich bin ich bin komm Oh mein Gott! Body of Envados. Envados? Ist das eine Schraube locker? Das ist doch eine Falle! Ich kann dich nicht grabben! Oh mein Gott. Weißt du was? Ich bin weg. Achso. Kommt. 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 Ja. Okay. Walkie-talkie vielleicht erst mal noch nicht, aber wo ist meine... Warte. Hast du die jetzt irgendwo? Was ist das? Das kommt von draußen. Was ist das? Was ist das? Achso. Das ist das Ding, was ich bestellt habe, glaube ich. Oh lol. Wie cool ist das denn? Ah, hier! Hier laufen Sachen rum. Hä, was ist das? Hä? Also unsere Aufgabe ist es einfach nur so viele Wertsachen zu suchen wie es geht. Oh, ich habe schon was gefunden. Oh, das ist ein Wertverlauf. Oh nein. Erstmal ein V8-Motor. Haha. Das packe ich erst mal raus vor dem Eingang. Nein! Meine Taschschrampel ist leer. Was? For real? Ja. Ich wusste nicht, dass es passiert. Dann ist es jetzt auch leer. Mir noch nicht. Ich habe die ausgemacht, weil du es gesagt hast. Oh, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Was ist das für... Ah, was? Irgendwas flüstert in meine Ohren. Ah, 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 ah. Du wirst fahren. Ich habe keine Taschenlampe. Es ist leer, Alter. Im egal. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Oh, Streamlack defected in your area. Oh nein. Oh nein. Ja toll, als ob ich so schon was sehen kann, ey. Meine Taschenlampe ist leer. Are you serious? Warning. The autopilot here will leave at midnight. Please return quickly. Oh mein Gott, Alter. Ja. Warum ist da ein Totenkopf? Guck mal, da ist ein Totenkopf. Oh, ich glaube, weil wir uns beeilen müssen. Oh, oh. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, was? Ich sehe nichts. Er wacht gerade aus. Er ist... Oh, 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 oh! Ah! 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 Oh mein Gott! Geh hoch! Geh hoch! Hilf euch auf! Da ist das mal eine Sieb! Nein. Ah! Ah! Oh! Oh! Hier sind, hier sind Spinnenweben, die waren hier vorhin nicht, oder? Ich weiß nicht. Nein, warte mal. Okay, das ist die Safe Zone. Ich glaube, du mag das nicht, wenn wir klingeln. Du hast gesagt, es ist eine Safe Zone. Danke. 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 Was? So wird man gefeiert? Oh mein Gott, was war das? Lauf rein! Micky! Ich habe mich verlaufen. Wenn du das willst, dann gewaltig. Ich habe keinen Schiss gehabt, du ***. Oh, scheiße. Okay. Deine Taschenampe saß, oder? Nein, nein. Was war das? Was war das? Wir müssen langsam lieben, weil das Schiff lief gleich. Was ist das? Hä- ich hab mich stark, haben sie stark. Mein Tag schraubt jetzt aus. Weck hier. Ich nehm das Ding. Ja, das stimmt. Ja. WTF? Oh Mann ey. Ja, literally. Oh, Ola, guck mal, das Ding ist auf. Ich glaub, das Ding bewegt sich echt durch die Wind. Durch die Rohre? Oh, was ist das? Alles gut, alles gut. Alles gut. Oh mein Gott, was ist das denn? Er schaut nicht hier rüber, das war ein riesen Rassel. Von wo kam das Ding? Es ist einfach aus der Decke. Oh, hello. Wir sollten nicht rausgehen, es gewinnt das wieder. No risk, no fun. Ich sag dir, wenn es gut gelaufen ist. Oh, es blitzt. Versuch dich irgendwo unterzustellen. Ja. Oh oh. Oh oh, ich glaub da kommt wieder das große Ding. What? Die haben da noch was stehen. I can do it. I believe in you. I'm going. Ahhhh. Touch this, you bastard. Ich glaube, wenn ich glaub bin, ist das nicht gut. Oh. Wir brauchen das Geld. Oh. Oh, meine Stamina. Oh. Der Blitz schlägt ein. Oh, zweimal am gleichen Ort. Invaros? Wait. Invaros? Ich seh nichts. Sorry Invaros, wir müssen raus. Ist das Blut? Invaros ist tot? Ich. Ich. Hey. Hallo. Wie schreibt man den Scheiß? Time Key. Wir sind schon wieder hier. Achso, warte. Ich muss doch hier nach oben gehen. Ah. Hä? Wieso? Äh. Micky. Nein. Achso. Ah, du kannst das Bienenheim auch nehmen. Ich hab bei Paul glaub ich was gesehen. Trigger mal die Bienen. Oh, ich triggere die Bienen. Ich triggere die Bienen. Nimm das Bienenheim. Oh, raffig. Hörbe. Schnell. Nimm sie mit, nimm sie mit, nimm sie mit. Weg. Ah. Oh, sie kommen zu mir. Ah. Ah. Sie kommen hier rein. Ah. 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 Hier bleibt. Bleibt da drin. Ah. Wir müssen jetzt Geld machen. Ganz viel Geld. Oh. Zu. Zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Geht nicht. Aaaaaaahhhhhh! Kannst du bitte gehen? Oh, dann war das. Okay, ich hol wenigstens etwas, dass wir nicht gefeuert werden und danach Taschendampf oder sonst was. Okay. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Was hast du gefunden? Run! Das war eine verschlossene Tür, die wollte ich öffnen und die ist bei der Spinne. Da vorne, da vorne, da vorne. Ich glaube, die kommen gar nicht mal bis hier hin. Nee. Haha, du... Ja, Alter! Deshalb probieren, nur zu sneaken und nicht zu reden. Biraz aufrufen! Da warst du aufvorn, Lüge. Ja. Ja. Das war's doch voll, Lüge. Ja, das war es. Ja. Ja. Hallo Computer, oh no, wir müssen wieder zurück zum Schiff. Ja, nimm das Ding auf dem Boot mit. Oh. Ja, aber also nicht alle für... Das ist eine Mine. Eine Mine? Da blinkt's. Ja, da blinkt's. Kreaturen! Oh oh. Nimm das Ding mit. Block E. Also drop erstmal deine Engine. Block doch auf E. Scroll. Ach so. Genau. Au. 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 Du bist tot, oder? Ich geh da nicht mehr raus. Fuck die Shit. Auf. Oh. Au. 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 Was hast du gemacht? Ich hab das Ding mitgenommen. Ich lad die Taschenlampe auf und danach gehen wir und dann meine Walkie Talkie. I'm back. Meine Flashlight ist auch leer. Die sind Vogel, ey. We have way there. No. Living on a prayer. No, shut the fuck up. Vorsicht, ich bin jetzt. Ich hab jetzt weggemacht. Wir spielen sonst. Ich laufe schon mal vor. Guck mal, ob du ein Bienen stammt. Oh nein, ihr Schlammen. Oh mein Gott. Wann bist du gestorben? Scheiß Treibsand. Oh nein, ihr Schlammen. Was war das? Sag mir jetzt nicht, der ist schon wieder tot. Hello. Was ist du da? Vicky. Hier ist ein Geist. Hier ist irgendwo ein Geist. Sch und sch. Mann bei. Tamm. Hey, es ist ja voll viel Wasser, what the f**k? What the f**k? Vicky, hier ist was. Oh ja. Es hat Quark gemacht! Nein! Bist du runtergefallen? Oh no. Ahhhhhhhhhh! Tovaros? Nee, das tut mir zu viel zum Horror-Game, ey. Warte, ich kann hier aufmachen. Ja, die Spinne ist dreckig. Ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht geht's dir noch lang oder so. Ja, ja, hier ist eine Tür. Ich muss vorsichtig sein wegen der Spinne. Hey, mein Gesicht! Nimm mein Gesicht! Nimm's weg! Nimm's weg! What the f**k? Ich hab was du gesehen! Was machst du? Was ist das? Hey, komm her! Was ist das? Was ist das? Waaahhhhhh! Pass auf, pass auf! Pas auf, nein, nein! Oh damn, Alter! Hätte sie nicht geblinkt, hätte sie es nicht gesehen! What the f**k? Als ob... Oh! Da ist so'n Ding! Ich hab's gesehen! Dahinter ist es nicht schnell! Da sind zwei Viecher. Warte, jetzt sind die nicht hier hinwarten. Kommt da nicht durch. Hä, die sind da stuck? Warte mal. Hey, fat bitch! You're a fucking fat fat! Das ist auch mein Ernst, ja. Ich hab' mir in die Falle gelockt! Ich hab' mir in die Falle gelockt! Hilfe! Hilfe! Ah! Ah! Hahaha! Spread us on fire, words of passionate love. The neighbors complain about the noises above.